Serien-Highlight Ich bestreite nicht, dass sie die schönste Frau in ganz Magdala ist. Warum musst du immer widersprechen? Keine Frau benimmt sich so wie die. Also, was machst du jetzt mit ihr? Sieh dich aus. Oder willst du, dass ich es tue? Eine Hure? Eine Heilige? Eine Heldin? Maria Magdalena Die große Dramaserie 1 2